Nächster Redner in der Debatte für Die Linke, Wolfgang Gierke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ernst die Bundesregierung die Fortführung des Mandates nimmt, kann man erkennen, wenn man auf die Regierungsbank blickt, wer hier alles nicht da ist. Wer hier alles nicht da ist. Ich erwarte von einer Regierung, wenn sie ein Mandat einbringt, dass sie dieses Mandat auch ernsthaft verfecht. Und der Staatssekretär, der da rum sitzt, kann mich nicht davon überzeugen, dass die Regierung ernsthaft dieses Mandat verfechten will. Das stellen wir erst mal hier fest. So, ich denke, dass es der Fluch der bösen Tat ist, dass immerfort Böses sie muss gebären. Die böse Tat war, dass Deutschland sich entschieden hat, vor 14 Jahren in den Krieg in Afghanistan mit eigenen Soldaten einzugreifen. Wir sind bislang nicht mehr rausgekommen. Wir wollten offensichtlich auch nicht rauskommen. Aber man kann doch eins erwarten, das ist eine Minimalanforderung, dass man nach 14 Jahren mal hinschaut und gegenseitig erörtert. Was hat dieser Kriegseinsatz gebracht? Was hat dieser Krieg gebracht? Das kann man doch auch von Ihnen erwarten. Sie wollen die Augen zumachen von der Katastrophe des Krieges, der gescheitert ist. Es ist eine blutige Niederlage in Afghanistan, die Sie verantworten. Sie wollen die Augen davor zumachen, von dem Ergebnis. Und ich sage Ihnen mal die einige Punkte meiner Beurteilung des Krieges in Afghanistan. 70.000 Tote hat dieser Krieg in Afghanistan gebracht. Er hat in Deutschland dazu geführt, dass wir das Völkerrecht in Afghanistan tief verletzt haben. Auch 55 Bundeswehrsoldaten sind in Afghanistan umgekommen. Das Mindest wäre gewesen, dass man sich diesen Opfern stellt und der Auseinandersetzung darüber stellt. Hat es sich gelohnt, in diesen Krieg zu gehen? Oder wäre es besser gewesen, es zu unterlassen? Ich bin entsetzt darüber, dass in den Debatten dieser Tage über Syrien die gleichen Krampfargumente wieder benutzt werden, die schon zur Rechtfertigung des Afghanistan-Krieges benutzt worden sind. Sie haben gar nichts dazu gelernt. Buchstabieren wir doch mal ein paar Sachen durch. Natürlich, die ersten vier Argumente, ernstzunehmenden Argumente, sind immer gebracht worden. Das erste Argument ist immer, es lautet wieder so, der Terror muss militärisch bekämpft werden, anders ist er nicht zu besiegen. Sie haben dazugelernt, früher haben Sie gesagt, er muss militärisch bekämpft werden, das sagen Sie auch. Nein, aber für Sie ist Militär immer der Eckpfeiler. Ich frage Sie nach 14 Jahren, ist die Gefahr von terroristischen Anschlägen kleiner oder größer geworden nach dem Krieg gegen den Terror? Sie ist größer geworden weltweit. Das werden Sie doch zugeben müssen. Man kann doch mindestens erkennen, dass der Terror bekämpft werden kann. Aber mit Krieg niemals. Das ist doch eine erste Erkenntnis, die nicht so schwer fallen darf. Das zweite Argument war immer, der Krieg gegen den Terror ist ein Krieg für Abrüstung. Ich frage mich ja überhaupt, wo die terroristischen Banden ihre Waffen immer herhaben. Die IS hat keine Waffenfabrik verfügt. Aber wer Waffen, wer liefert die dann? Wer kommen die Waffenlieferungen? Das könnten Sie doch mal hier vortragen. Hat der Krieg gegen den Terror zur Abrüstung geführt oder nicht? Stimmt nicht. Er hat zur Aufrüstung geführt. Das ist beweisbar. Das dritte Argument war, wir wollen uns mit dem Krieg gegen den Terror für Demokratie einsetzen. Dass in den Staaten Demokratie wächst. Wo ist in diesen Staaten Demokratie gewachsen? Und das vierte Argument, das ist das, was ich momentan am ernstesten nehme. Das ist das Argument, dass Deutschland nie eine Chance gehabt hat, den USA nach dem 11. September zu sagen, wir werden uns militärisch nicht engagieren. Und dass Deutschland jetzt keine Chance hat, Frankreich zu sagen, wir machen vieles zusammen, aber wir werden nicht zu Waffen greifen. Das ist ein ernstzunehmendes Argument. Können wir unseren Verbündeten, kann der deutsche Staat seinen Verbündeten sagen, vieles können wir gemeinsam machen. Aber wir wollen nicht gemeinsam zu Waffen greifen. Ich finde, wenn man es ernsthaft meint, mit der Freundschaft zu Frankreich, muss man auch Frankreich sagen, wir agieren zusammen politisch. Wir können viel innenpolitisch leisten. Wir können viel in Polizeieinsätzen leisten. Hände weg von Waffen. Das sagt übrigens auch die französische Linke. Wir wollen nicht, dass gemeinsam in Kriege gezogen wird. Haben wir das Recht? Haben wir das Recht gehabt, den USA zu sagen, wir wollen nicht zusammen Krieg führen? Ich finde, wir hätten das Recht gehabt, wir hätten die Verpflichtung gehabt, auch das der USA vorzutragen. Das heißt, kein ernstzunehmendes Argument für den Krieg ist wirklich durchzubuchstabieren. Man kann Kampf gegen den Terror gewinnen, wenn man das macht, was man machen kann. Warum, frage ich Sie, wird nicht endlich der Zufluss an Kämpfern in Syrien wirklich unterbunden? Die kommen doch auch aus unserem Land. Die kommen aus Europa, aus unserer Nachbarschaft. Warum wird nicht endlich der Waffenhandel unterbunden? Das könnten Sie doch leisten. Das fängt damit an, dass man endlich aufhört, deutsche Waffen in diese Region zu liefern. Wir könnten auch zusammen mal die menschenvernichtete Ideologie dieses Terrors angreifen und Alternativen bringen. Nichts haben wir gemacht. Ich empöre mich. Ich empöre mich darüber, dass wir mit den gleichen Drecksargumenten wieder in einen neuen Krieg getrieben werden. Und das will ich nicht. Und deswegen muss der Afghanistan-Krieg beendet werden. Wir sind dafür, dass die deutsche Bundeswehr aus Afghanistan sofort zurückgezogen wird. Das würde dem Land eine Chance für den zivilen Aufbau geben. Danke. Vielen Dank.